Moin, moin Leute. Ja, mein Kumpel Tobi hat gestern seine Machete mitgenommen. Die durfte ich jetzt schon ein bisschen ausprobieren und finde sie wirklich richtig geil. Es ist die Piscas XA3. Sie kostet 34,99 Euro bei Amazon. Ein Nachteil hat sie wie bei einem Piscas Gerät. Der Griff ist sehr rutschig, finde ich. Aber sie hat hier hinten so ein Knubbel, damit man hier nicht überrutscht. Trotzdem würde ich empfehlen Handschuhe zu tragen, sonst ist das Ding echt ungemütlich. Aber ein richtig gutes Teil. Schauen wir mal, ob wir diesen Fichtenstamm durchgekochen. So. Wie ihr seht, geht die Machete richtig tief ins Holz. Wie ihr seht, geht die Achete. Das war's für heute. Zack, schon durch. Das ging ja mal echt gut. Also, die Fiskars X-A3-Machete. Von mir eine klare Kaufempfehlung. Bis Gute und Tschüss. Bis Gute und Tschüss. Bis Gute und Tschüss.